Liegt der? Liegt der? Jetzt liegt er. Moment. Ja, ja, mach, lass dir Zeit werden. Genau auf die Zapf sollen zielen. Das sind 200 Meter, mach ich. Ja, 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 müsste reichen. Du siehst dann auch den Funken und so, wenn du triffst. Ganz genau. Ja, ja, du brauchst so ungefähr 10 Schuss. Also, bisschen brauchst du aber. Pfeffer. Oh! Herzlichen Glückwunsch, deine erste Tankstelle. Ja, 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 jetzt. Der Gras da gemütlich. Haben wir gleich ein paar Stakes noch, weißt du? So, jetzt müsste ich eigentlich... Warte mal. Alter, ganz schön tricky, ey. Er ist down. Was hab ich dir gesagt? Geht doch. 300 Meter, ja. Seien. Hab ich. Ich mach mal. Get him. Zum Fleisch. Benni, leg dich langsam hin, Benni. Ah. Na. Da ist er. Schön. Schönes Ding. Warte, ich muss das mal in die Hand nehmen, an der AKM runter. Genau. Äh. Messer in die Hand, angucken und dann steht da Skin und... Äh, meine AKM ist nicht sichtbar, ich find sie nicht. Die liegt direkt da vor dem Wildschwein. Ich kann sie nicht nehmen. Ja, du sollst sie das Messer nehmen und das Ding ausnehmen. Also, warte, ja. Schön. Schön, schön, schön. Ja, das ist, pass mal auf, nimm mal, nimm mal das Fell in die Hand von dem. Die Hand? Okay, Moment. Ja, kann man machen. Ach so, jetzt muss ich... Ich bin... Ach so, hat er... Ja, wenn es was frei ist, macht das wahrscheinlich automatisch. 71 Prozent, 65 Prozent und 69 Prozent. Hier. Sehr schön, sehr schön. Geil, alter. Verstehst du? Ja, ja, ich glaub's dir, warte mal. Oh, da liegen sie. Wow. Naja, das gibt ein Festmahl. Oder? Nein, täglich. Das nehmen wir ein. Nimm dir zwei. Down. Nice. Ah, fuck, bewegt beim Atmen. Da kommt's eigentlich nur direkt vor uns. Ah. Down. Oh, alter. Ich muss mal, glaub ich, umschalten hier. Full-Auto ist ein bisschen krass. Angeblich ist es ja T, weißt du? Aber bei mir passiert aber nix. Ja, der andere ist auch down. Schön. Ich muss nachdenken. Ich versuchze. Das geht so. Ich heiße nach unten. Das geht so, was ihr in der Haltennigkeitsaktion? Nimm etwas. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das hier die Zombie Lane? Schade, jetzt flitzt er aus der Schnelle. Hätte ich mal gleich abgedrückt. Was soll denn hin jetzt? Hm. Der ist weg. Irgendwie? Naja. Fünf Stück. Fünf Stakes. Nee, nicht fünf. Nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da liegt noch ein 68-prozentiges. Alter! Ja, dann fehlt uns doch nur noch ein Hase. Ich hab vorhin einen gehabt, aber der war zu schnell. Den hab ich alleine nicht geschickt. Geil. Dann haben wir fast alles durch. Jungs, äh, ich... Wollen wir... Wollen wir... Gourmet sag ich nur. Alter, ich hab so viel Fleisch. Das dick ist... Ich brauch den Platz ja für irgendwas anderes, aber ich hab jetzt echt viel Fleisch dabei. Ist doch richtig. Wolltest du doch haben. Ja, ja. Na gut, lass uns den Lagerfalschen machen. Puhhaut. Hast du noch ein Hals? Ich hab eins, ja. Gott. Ja, bei so einem Mistwetter macht man's halt mal drin, wa? Oh, das streng ich jetzt. Oh Gott, oh Gott, da fackelt doch die ganze Bude ab. Oh, geil. Geil. Im Haus. Tja. Cool, nett. Oh, ein bisschen Türchen zu machen. Wo ist denn jetzt Kürrer? Ja, hat der heute was zu trinken oder so, meint er. Anstatt er erst mal das Fleisch reinzut. Tja, jetzt müssten doch eigentlich unsere Klamotten trocknen, oder? Meint er schon. Boah, übrigens hast du das Lagerfeuer direkt neben, äh, zwei Patronenkugeln gemacht. Äh, Rainer. Hä? Ich hab das nicht reingetan. Äh, Rainer, Rainer, das geht. Ich hab gerade zwei Patronenkugeln ins Lagerfeuer geschmissen. Mach den Scheiß. Geh weg, Rainer. Ja, 15 Kugeln Moseln hat er auch jetzt reingeschmissen. Jetzt warten wir mal, bis die... Ey, du musst warten, bis die durch sind, nicht zu früh aus dem Feuer nehmen. Was? Ja, Rainer, der hat sich gleich nach oben verzogen. Hey, Alter. Ich krieg den Snappler oder nicht raus. Nee, geht er weg? Wie nimmt man den denn raus? Das geht, das geht, wirklich. Ich wusste das. Äh, ich krieg den... Na, ich hab ja gesehen, die Mosel-Mulden hattest du ja rein. Ähm, jetzt ist er weg. Ist die explodiert? Ja, ja, hast du nicht gehört? Wir sind alle tot, komm mal runter und belebe uns mal wieder. Äh... Cowsteak, Alter, da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir ja... Wird nur noch der Hasenbraten das nächste Mal. Ja, wir hätten echt mal die Muni ein bisschen länger drin lassen sollen, bis sie durch ist. Kannst du ja noch mal einlegen. Ja, ich bin immer noch soaked. Komisch. Ich dachte, man würde am Lager vorher trocknen oder so. Ach, deswegen sitzt du da mit deinem Arsch drin oder was? Ja. Ja, gut, so schnell geht das wahrscheinlich auch nicht. Wenn du komplett durch bist, brauchst du ne Weile bis dahin. Naja, es... Es... Ich denke mal, es kommt drauf an. Normalerweise müsste das ja trotzdem dann warm werden. Dass das durchschnässt, aber warm ist. Tja, keine Ahnung. Hm, lecker lecker. Kann ich reinziehen. Naja, dann probieren wir mal das nächste. Dose Quass rein. Oh, 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 oh. Okay. Die arme Sauti gehen rein, was? Ja, so ein bisschen Bierchen drauf, weißt du. Ich hab' Kalschgeschmack. Das Ding hinf- Jungs, ich hab' noch einen Knott frei. Ich lass' dir bitte welche nicht. Weiß' bitte nehmen. Weiß' bitte nehmen. Ja. Ähm. Wohin. äh das eine ist fertig schon ich kann nichts nehmen ich bin voll aber wisst du was ich schmeiß das Long Range Scope weg Christine was soll der Scheiß ok ich hab na warum ich hab von der Mosin liegen lassen ich rinne nicht mehr mit zwei Waffen rum ich tu das Long Range Scope mal ins Lagerfeuer ok Schade um das Long Range Scope wir lassen es mal drin bis es wirklich durch ist das Haus eine 12 Uhr ist ein Zombie der schlägt auf irgendwas ein in den kann ich wieder der der steht da und schlägt auf einen ein der der macht diese Bewegung weißt du der lockt sich eine aus der hat sich wahrscheinlich eine ausgelockt oder das ist ein Bug aber doch der schlägt auf irgendwas ein bin ich bescheuert Vorsicht ja da hat sich hier einer ausgelockt glaube ich der schlägt auf die auf der Stelle ein ach alter hier stand er hier stand er und hat hier und hat die ganze Zeit auf irgendwas eingeschlagen naja gut da wollte ich mal den großen Retter spielen aber bin ich wohl zu spät gekommen ja Tammstelle ja Moment äh ich warte bis ihr weg seid seid ihr seid genug weg? ne noch nicht würde ich sagen ja ja ich hab doch drei Schuss so weil der hat sich der Zombie hat sich auch nicht gekümmert der ist nicht auf uns gekommen ich dachte erst der rennt ich hab wieder aus dem Augenwinkel äh Kierl ja da steht ein Zombie an der Tankstelle ok ich nehme ihn mit ja den jagen wir in die Luft man muss sich bei ihm wenn du schießt rennt der natürlich los alter der Zombie ist down würde ich sagen ohja ne ne der steht noch was das gibt es nicht alter tough tough son of a bitch sag ich nur das gibt es nicht so ja ja